Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Golf It. Heute zusammen mit Zombie, Maudado und der Spalette. Bewertet im Part und wie immer viel Spaß. Hey und willkommen zu einer sehr entspannten Map bei Golf It. Zusammen mit drei Gaststars, Maudado, Zombie und Palette. Hallo, ich spiele Golf It. Hallo, ich bin Palette. Bist du nicht die Jamaika-Palette, von der alle sprechen? Ja, die bin ich auch. Ah ja. Sackle. Ja, war doof. Ach, komm. Nimm also. Maudado, hilf mir. Ich will da jetzt hin, Mann. Hey, das... Das bringt doch gar nichts. Ah doch, bringt wohl was. Aber nicht viel, ne? Oder? Schieß mich rein. Ja doch, du musst halt nicht hier im Kreis gehen. Oh. Zehnmal sterben will ich. Warte, Palette. Zehnmal. Bitte. Jetzt schaffst du's. Ich schieß sie rein. Ich bin ein bisschen dick. Danke. Ja, du warst halt mega dick. Du hast sie halt kein Stück bewegt. Du fette Schwein. Alter, nur neun Schläge, ja. Ja, sehr gut, Zombie. Guter Start. Ich werde jetzt Zombie supporten. Nee, erst wenn ich darum bitte, bitte. Anstatt mich mal zu supporten. Der, der immer getreten wird von euch. Was bringt uns das hier? Warum sind die... Ich verstehe die Maps gar nicht. Danke. Oh, das war echt gut. Oh, das war echt gut. Das war echt gut. Oh, oh, oh. Sorry. Oh, hey. Hey, Minil. Na, Palette. Wie geht's dir? Moin. Ja, Spitze. Hallo. Wie geht's rein? Wo ist Zombie eigentlich? Warst du mal, Maudardo? Warum? Ich hab gedacht, wir haben hier ein Date. Ne. Nicht mit dir. Liegst du jetzt genau da, dass du nicht im Ziel reist? Hey. Mann. Richtiges Opfer. Ja. Alles wegen Maudardo. 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 Oh, Alter. Oh, okay. Das wäre ein einfaches Home-in-One gewesen, glaube ich. Okay, danke, Piloten. Ich bin nur durch den Schlupping. Nein, bitte. Ja, danke. Danke. Hä? 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 Achso. Warum bin ich hier so weggeflogen? Ich verstehe ja gar nichts mehr hier. Hä? Hä? Nein! Ah, hier fühlt man gut aus. Bitte! Maudardo. Der arme Junge. Maudardo. Kann ihm nicht irgendjemand helfen? Wie zum Beispiel Maudardo. Ich wollte dir helfen. Du wolltest mir nicht helfen. Ich hab's an deiner Stimme gerochen. Ja, ich auch. Warte mal. Soll ich lieber F drücken? Ja. Besser. Schüss. Ich auch. Mann, ey. Ich weiß nicht, ob die Einstellung so gut ist. Ist schon ein bisschen Cheaten. Ja, ja. Ja. Vielleicht sollten wir die echt wieder entfernen. Glaubste? Ja. Aber jetzt sind wir dran gewohnt. Ich bin wieder auf der ersten Map. Hallo? Was bringt das? Kann ich nicht hier voll die fette Abkürzung nehmen? Ne. Okay. Okay, einfach da. Ja, komm. Zum Schwach kann doch kein Mensch. Alter. Was für Laucharme muss man denn haben, um darüber zu kommen? Maudardo hat mich gerade berührt. Oh, geil. Das war keine Absicht. Hallo? Hallo? Ist ja mega geil. Sandwich. Jetzt gleich. Komm, fällt auf mich. Ja, machen wir. Jetzt gleich. Guck mal, wie geil aufgereiht wir sind. Ist irgendwie cool. Wie kommt man zum Ziel? Wie sollen wir das denn jetzt schaffen? In einem Schlag nicht. Oh, hallo. Oh, war ein bisschen weit. Nein, war ein bisschen zu weit. Ich hasse mein Leben. Nein! Uh, ist das ein kleines Spiel. Warum war ich noch fester als vorher? Das stimmt. Das ist doch nicht wahr. Können wir bitte ohne Paluten spielen? Der Golf ist so gut. Deprimiert. Ich bin zwei Schläge vor Maudardo. Ja, aber jede Runde führst du immer. Nein! Kann ja nichts dafür. Klar. Das ist ein Spiel, wo ich mal nicht letzter werde. Mann, hey. Ein Wunder, dass es immer spielen will. Ich kann ja, ich spiele jetzt mal ernsthaft. Ja, weil es dann auch Spaß macht. Wenn man immer gewinnt. Ich gewinne ja nicht immer. Doch, immer. Aber ein Spiel macht prinzipiell mehr Spaß, wenn man gewinnt. Der zeigt auf dem Holz. Ich gehe auf Holz. Oh, ich bin tot. Ich gehe auf Holz. Ich traue dem Map einfach, dass da ein Weg ist. Ne, ist es nicht. Da war kein Weg. Ah, hä? Was ist geschehen? Ach, das Holz aktiviert bestimmt die Brücke. Ah, ich habe für euch die Brücke aktiviert. Nein, man muss die selber aktivieren. Ich habe die aktiviert. Ich war es. Okay, was bringt das? Alter! Hä? Ach, jeder muss seine eigene Brücke aktivieren. Ja. Oh. Oh. Ah. Und wo ist jetzt die Brücke aktiviert, Inex? Ah. Hast du dich, hast du mit R dich resettet oder so? Nee. Klar, er hat mich resettet. Ja. Ich habe mal bei R gedrückt und war direkt neben dem Ziel. Ja, Paulette auch. Hä? Wo ist das Ziel? Ja, wenn nicht aktiviert. Oh. Oh, das ist schlecht. Aua. Du musst die Holzknöpfe aktivieren. Das schießt mich jetzt nach ganz nach hinten. Oh, Mann. Ich habe nur das Ziel gesehen und dann dachte ich, okay, da kann ich ja rein. Wie, du hast das Ziel gesehen? Jetzt siehst du das Ziel. Ja. Genau. Jetzt gehst du. Ja, toll gemacht, Ballade. Jetzt bin ich ganz so weit hinten. Können wir mal ohne Maudado spielen? Ja, der gewinnt immer. Hallo? Oh. Hä, was machen wir denn? Was mache ich hier? Was war denn das gerade? Ach, Mann. Das ist ja nicht so gut, ne? Oh. Oh, das war ein bisschen weit. Oh, der war mal nicht. Muss ich einfach gegen die Wand hauen? Ja, ja. Ja. Ganz feste. Oh Gott. Komm, Maudado. Fester. Fester, habe ich gesagt. Maud? Fester, fester, fester. Wapp. Fet, ja. Wapp. Sehr fester. Nee, es geht, es geht. Warte, ich stelle die Mausgeschwindigkeit hoch. Ah. Oh. Alter, was? Was bist du denn für ein Gott? Oh. Okay, warte. Du schaffst das, Maudado. Ja, nee. Du kannst es schaffen. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, bald ist es so weit. Ich habe es geschafft. Danke, Leute. Ich bin so stolz auf dich. Ja, warum drehst du dich da? Ich kann es alleine auf Toilette. Okay. Das kann er halt echt schon, ne? Glaube ich nicht. Oh, doch. Das letzte Mal ist er noch ins Töpfchen gefallen. Ich habe einen Toiletten-Screen bei Maudado. Es ist so dunkel. Ist da vorne eine Wand? Oh, ich sehe es. Ich sehe die Wahrheit, Leute. Nein. Ey, genau da rein. Genau da rein. Maudado hat die Wahrheit auch gerochen. Oh. Ich habe ein Epic-Fail hingelegt. Wieso? Nach dem Rohr habe ich einfach das Loch verpasst. Warum habe ich so Feste gemacht? Hallo. Warum hänge ich dir jetzt hier? Ui. Ui. Ja. Ui. Ui. Was ist das denn? Ey. Nein. Ich bin bei der Lampe. Alter. Du bist ja perfekt gelandet worden. Nein. Ich bin... Okay. Perfekt gelandet. Perfekt gelandet. Pff. Okay. Gehen wir jetzt mal auf Abstand, bevor ich irgendwie... Oh, es klingelt an der Tür. Nein. Mit Manu ist es schaffen, wir ins Loch zu schießen. Ja, klar. Ui. Alter, du hast bei mir genau in die Bretter reingeschossen. Oh. Geht an die Tür und ist trotzdem noch erster abgehoben. Das sind meine Zara-Pakete. Deine was? Achso, das... Zara-Paket. Uh. Oh. Hä? 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 Was passiert hier? Wo bin ich? Ja, Zeit abzukürzen, oder? Ich nehme mich auf eine Konformation und dafür brauche ich einen Anzug. Oh. Oh ja. Oh, was ist das? Oh nein. Nein, nein, nein. Nicht da reinflutschen, oder? Als ob. Nein, was ist das? Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Ja, ja, ja. Danke. Da bin ich. Hey. Ja, nöt. Hallo. Ey, ich will auch... Ich dachte, das geht. Irgendwie geht es auch. Er hat es ja geschafft, aber ich verstehe es nicht. Gottes Willen. Was ist das für eine Hölle? Hä? Wohin? Ach, du Heiliger. Ja gut, da werden wir Jahre dran sitzen. Nein, geh doch da... Oh, ne. Nein. Oh, cool. Ich will es auch. Ja, ich will es. Oh, danke. Ja, klar. Spielt ihr gerade Goldfit? Ja, klar. Kann ich Auto kommen? Na, klar. Ist Edgar da? Na, klar. Ja, genau, da will ich für die weiterspielen. So, da bin ich wieder. Hallo. Hey. Mach mal rein. Okay. Ah, da vorne. Oh, das ist aber gar nicht so einfach. Ja, das stimmt. Aber das schaffst du. Du musst golfen, Alter. Du kannst bestimmt gegen den Stein hauen. Da vor dir. Den? Nee. Da? Genau. Ja, feste, ne? Nicht so lasch. Alter! Wie sick war der? Geh weiter nach vorne und probier es anders. Genau. So haben wir es alle gemacht. Ach so. Ja, toll. Erst sagst du mir sowas. Ja, ich gebe dir Tipps. Ich schreibe Guides. Das habe ich gerade schon gemeint. Warum höre ich eigentlich auf dich? Du bist immer scheiße. Ich bin vor dir. Bin ich? Nee, ich bin letzter. Gut. Ist doch gar nichts. Nee, aber jetzt bin ich gleich letzter. Ja, siehst du, jetzt bin ich vor dir. Hä? Deswegen hörst du auf mich. Diese Mip hat alles gerettet. Ja. Das Gleichgewicht im Universum ist wieder hergestellt. Wo sind wir denn da beieinander? Ja, aber das macht er noch. Der ist eh Profi. Ich hau einfach. Alter. Alter. Ich hau einfach. Alter, ich wurde so weggekickt. Hilfe. Nein. Ich will nicht. Oh, verdammt. Nein, nein, Britta. Wohl, wohl. Le, hüpp. Britti. Le, hüpp. Oh, das war aber schön. Immer noch zu weit? Le, oh. Le Brett? Oh Gott. Alter, da schöpft man ja Pi. Ach, Mann. Ah. Da musst du echt aufpassen. Oh, ging die. Oh, ja, geil. Ich habe einen ganz rechten Schlag gemacht. Einen, einen Lüttchen. Wie geht das? Zum Helm. Gar nicht. Oh ja. Zwölf Schläge. Aua. Hä? Ey, was? Der war noch zu fest? Ja. Irgendwie ist da ein Speedbus drauf. Ich kann es mir sonst auch nicht erklären, warum man da so weit fliegt. Oh, okay. Der war ein bisschen krass. Ey. Die Bretter. Ich gehe mal da hinten zu der Lampe. Du musst es jetzt schaffen, Manu. Dann. Oh. Aua. Okay, jetzt bin ich wieder vorne. Geil. Hallo. Ey, jetzt hört auf. Ich gehe jetzt da rechts. Das ist zu feste? Nur noch zwei Fläge. Ich kann nicht gar nicht. So lang. Okay, das war's. Nur noch einen Schlag. Du musst gerade aus, sonst kommst du eh nicht ins Ziel. Ja. Danke für den Tipp, Maudado. Du bist da. Toll. Toll. Jetzt bin ich da und ich habe keine Strockes mehr. Danke. Erste. Oh, doch nicht. Oh. Erstmal. Hä? Mega verkackt. Hä? Was passiert hier? Ja, man rutscht. Man rollt. Oh. Oh. Ich wurde fast aus dem Map gekickt. Nice. Oh. Ich wurde fast aus dem Map gekickt. Nice. Maudado, da müssen wir zwischen, ne? Ja, da müssen wir zwischen. Okay. Ah, Mist. Gehen wir auf Nummer sicher, Ballade. Auah. Geh weg. Geh weg. Oh, he? Alter. Oh, zu schwach. Äh, okay. Ich will eigentlich nach da. Also die Schanzen sind komplett anders als die anderen, ja. Komm. Gehen die Lampe. Ja, nein. Ey, wie kann man denn? Ja, ich hab's geschafft. Ja, hier muss man sogar feste schlagen. Leute, das war so unlucky. Maudado, hüllst du mir einmal? Ich geh wieder zum Anfang. Das sah geil aus. Ach. Hallo? Was passiert mit mir? So, äh, aua, ah, ah, ah. Was war das? Verge, äh, ach, da bist du zum, ne? Danke. Aber da gibt's noch einen anderen Weg, irgendwie, nach oben. Ja, ja, im Rohr gab's auch zwei Wege. Ach so. Also vielleicht, wenn man einfach... Die Palette wieder ein bisschen nach vorne. Oh. Oh. Schade, Zombe, ich wollte dir helfen. Oh, lol, mir wird geholfen, danke. Ja, gern geht. Au, Zombe, was soll denn das? Ups, da ist Paluten wieder zum Anfang gefallen. Du bist echt ein ganz mieser Charakter. Alter, Alter, ist... Ach, da kommt man mitten durch. Wow. Ja? Ich hab überbande. Klar, er hat trotzdem drei Strokes. Ich hab nur fünf. Tja. Wir haben uns gegenseitig gebußt. Oh. Tombe, ey, was soll denn das? Jetzt bin ich sogar wieder runtergefallen. Ach, ins Wasser, Sorge. Mann, ey. Bringt das was? Hä? Ah. Oh. Äh, gut. Hä? Alter, geil. Was, oh nein, ich glaub, das war ein Fehler. Ja, wir wollen richtig gepro... Nein. Ups. Hä? Nochmal. Ja, das bin ich. Oh. Oh, nein, Sommer ist tot. Das war's mit ihm. Nein! Ach so. Ich dachte schon. Ja. Cranky. Oh, na gut. Komm schon. Komm schon. Okay, der war wirklich gut, ey. Das war ein Try, der sogar funktioniert hat. Mann, ich will... Genau, das wollte ich. Ey. Puh, 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 puh. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Und ich rutsch sogar wieder weg. Hä? Hä? Das war richtig? Was? Hä? 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 Ey, mau da, ey. Oh Gott, wie soll man da rüberkommen? Ach, komm. Bitte, fall runter, bitte, fall runter, bitte. Oh, danke, ich wurde nicht resettet. Oh, du bist doch nicht resettet. Ach man, ich muss hier. Kommt rein, Leute. Da kommt mal rein, Brudis. Ja, wenn ich das sehe, ne? Ja, staut sich die Wut an. Direkt ins Rohr, hinteren. Direkt ins Rohr. Oh, ich auch. Oh, da hat es echt geschafft. Hallo? Hallo? Hey. Oh, hey. Hey. Ah, lol. Was ist das denn da oben? Ja, wieder rein. Ach, da muss man richtig fest schlafen. Ein Weg ins Ziel. Ja. Ein Weg ins Ziel. Den nehme ich auch, ist mir alles egal. Den nehme ich auch. Oh, okay, anscheinend nicht. Alter. Das war zu stark, Manu. Ein bisschen zu schwach. Ja, ich verbrauche meine Punkte dafür. Damit die Leute das sehen. Ich bin einfach ein Gönner. Alter. Ey. Oh, war aber knapp jetzt. Oh, ja. Ja, es schaffst du noch. Oh, ja. Oh, es klingelt an der Tür. Alter. Nein. Ich wollte es doch sehen. Es tut mir so leid, Leute. Es tut mir so leid. Oh, Gott. Oh, Gott. Ey, Manu, du kannst noch. Hä? Oh, nein. Alles umgekippt. Ach so, weil ich V gedrückt habe, um meinen Körper zu verlassen. Ist aber Luten gerade gestorben? Ja, ja. Der braucht immer einen Kran, um aufzustehen. Oh, hi. Bei mir ist gerade alles umgekippt und es hat wieder an der Tür geklingelt. Warum, warum habe ich mich direkt wieder zum Anfang, hä? Wie wahrscheinlich ist das denn? Na lang? Hä? Ja. Was soll das hier? Wo befinden wir uns? Im Wald? Ja. Das ist korrekt. Alter, drei Strokes. Ach, komm. Ja, nur zwei. Du kannst es auch nur drei Strokes schaffen. Alter, was macht denn Palut? Keine Ahnung. Danke. Ich habe vier. Ich auch. Das war aber auch ein sehr lucky Schlag. War ja sehr lucky. Manu hat sonst auch immer die lucky Schläge. Lucky, ich habe die Skilling. Oh Gott, Leute, der Typ kommt. Ich berühre es mal. Ja, ja, was ist das? Wir schieben einen. In die richtige Richtung oder in die falsche Richtung? In irgendwelche. Ach, kannst du ignorieren? Das ist so schwach. Oh nein, ich bin wieder in der Hölle. Müssen wir ins Rohr rein? Ich denke, nee. Ja, nee, man kann auch dran vorbei, scheinbar. Oh nein. Oh nee. Ist ja kein Weg dran vorbei, Maulado. Ja, ich auch nicht. Hier ist alles so dunkel, ich sehe nichts. Ja, du bist im Rohr, Manu. Ja, ich weiß, ich warte. Ja, ich warte auch. Du kannst dran vorbei. Guck doch mal ins Rohr rein. Ich bin der Einzige, der Palut noch besiegen kann, Manu. Ja, und? Der Einzige. Ich bin die letzte Hoffnung. Ja, guck doch mal ins Rohr. Vatio der Menschheit. Jetzt guck ins Rohr. Toll ran, Maulado. Dann siehst du es doch. Ob da Platz ist. Da ist Platz, da ist mega viel Platz. Ich kann nicht... Schieß links vom Rohr und du schaffst es. Schieß, vertrau mir. Links vom Rohr. Junge, das wird nie im Leben klappen. Das wird gehen. Oh, danke. Ja, scheiße, ne? Scheiße, oder? Wie fühlt sich das an? Du hattest recht, es tut mir leid. Wie fühlt sich das an? Ich war der dümmste Mensch auf der Welt und du hast mich bekehrt. Ich hab dich von deiner Dummei geheilt. Ja, komm Leute, geh im Stil. Nee. Hä, nee, ich warte jetzt auf Palut und... Ohohoho. Okay, er braucht eine Chance. Ja, zöber mal, komm erst nach vorne, hilf mir und dann geh zurück. Okay. Du musst erst mal in den richtigen Winkel. Oh, scheiße. Was muss ich machen? Einfach ruhig ballern, voll was. So, jetzt einmal. Einmal bitte zu mir hier. Oh, danke, so geil. Ja, cool, stehst du gar perfekt. Ja, zum Chillen hier. Hi, Palle. Ach, was soll denn das? Das wäre gleich schon noch gar nichts getan. Einmal und er hört direkt auf. Alter, wenn ich mal so ein Luxus nehmen hätte... Ja, der kommt so traurig, dann will ich nicht weitermachen. Dann macht es keinen Spaß, wenn er traurig ist. Warte, ich muss wieder gucken, ob der Postmann da ist. Sag mal, lebt er bei dir? Was ist denn falsch bei dir? Von wie lange dauert das denn, bis der mal da war? Die sollen nicht zusammen chillen und Kaffee trinken? Alter, wow. Ganz vorne an die Kante muss man schießen. Jetzt redet er wieder mit dem. Jetzt habe ich... Oh nein. Ein Schmeidi. Oh mein Gott, ich... Nee. Jetzt ist Palutus Redemption Arc. Ja, aber wirklich. Jetzt kann das auch richtig gut, wenn ich einmal geboxt wurde. Nee, ich kriege den Netz weg. Jetzt bin ich dran. Ich kann eh niemanden mehr aufholen von euch. Drei Züge muss ich ihn aufhalten und das werde ich schaffen. Vielen Dank wünsche ich Ihnen auch. Naja, also zwei Schläge braucht er ja wahrscheinlich selbst. Komm, Manu. Er kann es probieren. Lass ihm die Chance. Nee, nee. Ihr lasst mir auch nie eine Chance. Ich muss es jetzt an ihm auslassen. So, da bringen... Aus Hass kommt aber nur noch mehr Hass, Manu. Ja. Wenn du bei der Ecke vorne an die nächste Stelle zielst, also nah bei dir an die Ecke, dann kommst du vielleicht auf das Brett hoch und direkt ins Zielpalle. Nee, ist in Ordnung. Sonst fliegst du neben das Brett. Ja, aber ich möchte auch keine Tipps von dir. Du bist gemein. Das stimmt, das ist er. Ja. Ich warte auch vom Ziel auf dich gerade. Tüß nicht. Auah, Manuel. Was habe ich dir denn getan? Ihr sagt sogar Manuel. Was habe ich denn gemacht? Das kann ich doch nicht weitermachen, Leute. Ja, aber der kriegt die ganze Zeit Porsche per Post. Das stimmt. Okay, das macht mich echt wütend. Gut, dass du mich nochmal anstachelst. Richtig so. Lass doch, wie ich möchte. Oh, da kommen wir ja gar nicht lang. Ach, Manno. Toll. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Aber zu welchem Preis? Der war dir hilft der Folge eh nicht da. Er hat mit seinem Marat gechillt. Okay. Dann bewerte den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.